Drei, zwei, eins, Feuer! Peter? Peter Pan! Peter Pan! Peter Pan! Wir fliegen mit ihm nach Nimmerland. Wir haben Piraten. Eierkappen! Und Indianer. Auch! Und natürlich auch sehr nette Elfen. Denn er ergreift ihn! Oh nein, was habe ich getan? Wie kann ich dir helfen? Mach, dass alle Kinder der Welt an Elfen glauben. Ich sag es ihnen, warte, alle Kinder, kommt auf die Waldbühne, rettet Tinkerbell und bitte glaubt an Elfen. Krokodil, ich zieh weg!